Herzlich Willkommen auf der ProLight & Sound. Ich freue mich auch dieses Jahr euch wieder auf unserem Stand begrüßen zu können. Seit 1992 stellen wir nun jedes Jahr hier auf der ProLight & Sound aus. Seit über 20 Jahren nun mittlerweile präsentieren wir euch Produkte made in Germany. Auch dieses Jahr haben wir wieder viele Neuerungen für euch berat. Eine von diesen ist zum Beispiel das Wireless DMX Modul für den 2Hazer 2. Kompatibel mit allen Wireless Solution, Platinen, Sendern. Wird ganz einfach in den Hazer eingebaut. Ist als optionales Zuhörer auch für Nachlustraff für alle 2Hazer 2 Modelle. Lässt sich ganz einfach mit einem vier Muttern lösen, Display Platine ausbauen, in dieser Modul einbauen und in den Hazer einbauen. Das neue Modul lässt auch ein Uplink zu, sodass eine weitere Nebelmaschine oder ein Moving Head oder sonstiges über den Kabelausgang des Wireless Moduls eingeschlossen werden kann. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR